Heute ist der Samstag, der 10. Dezember. Es ist 6 Uhr in der Früh, es ist alles noch dunkel und schneit gerade. Wir sind extra aufgestanden zum Herfahren in die Aktivwelt. Wir treffen uns heute hier von der Sparkasse Schwarz. Ich erwarte mir heute möglichst viel Schweiß, Engagement und viele gemeinsame Kilometer. Wir laufen heute 100 Kilometer und dann gemeinsam eine schöne Spende für die Weihnachtszeit zusammen. Wir freuen uns, dass die Sparkasse heute bei uns ist. Wir versuchen heute innerhalb einer gewissen Zeit 100 Kilometer zu erreichen. Eine Charity-Veranstaltung. Jeder soll so schnell laufen wie er das schafft. Im Durchschnitt zwischen 8 und 12 kmh. Heute ist das perfekte Trainingswetter in der Aktivwelt. Es schneit draußen. Es ist wirklich saukrausig. Geht euch, ciao! Well done! Untertitelung des ZDF, 2020